Es war gestern, wie so oft in letzter Zeit, das Statement der Fed ist ein bisschen hawkisch und dann kommt Jerome Powell und ist ziemlich dovish, versucht also irgendwie klarzumachen, naja, mit der Geldpolitik, da werden wir so schnell nichts ändern. Er ist noch bis Februar 2022 im Amt und man hat das Gefühl, er versucht alles dafür zu tun, damit er in dieser Amtszeit nicht an der Schraube nochmal drehen muss, an der Schraube die ultralaxe Geldpolitik zurückzufahren, denn er verstrickt sich in Widersprüche, die so evident sind, so klar sind, dass man sich fragt, naja, das muss er doch merken, da muss doch irgendwie eine Absicht dahinter stecken, eine Überzeugung oder eine Absicht oder vielleicht sein Portfolio, das ja weit über 50 Millionen Dollar beträgt und da will er offenkundig keinen Schaden anrichten, keine Ahnung, das will ich ihm nicht direkt unterstellen, aber es ist schon sehr auffällig, was da passiert und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Und hier hat vor allem, und das war vielleicht das Wichtigste gestern, was Paul in der Pressekonferenz gesagt hat, er hat weiter von Substantial Further Progress gesprochen, also substanziellen Fortschritt, den man machen müsse und hat das gekoppelt an Maximum Employment, also an Vollbeschäftigung. Auf der anderen Seite hat Paul gesagt, wie heiß dieser Arbeitsmarkt derzeit läuft, dass viele Unternehmen Probleme haben, Arbeitnehmer zu finden, dass also absolute Nachfrage nach Arbeitnehmern da ist, aber er besteht darauf, dass erstmal Vollbeschäftigung kommen muss, das macht nicht so wirklich Sinn, die Inflation spielt hier gar keine Rolle, das hat er extra ausgeklammert. Und das ist natürlich der zweite Faktor, Preisstabilität. Im Statement der Fed war zehnmal die Rede von Inflation oder Preisstabilität, sehr, sehr oft, so oft wie in den letzten Jahren nicht mehr. Also man beschäftigt sich damit seitens der Fed und Paul ist derjenige, der versucht, das nämlich mit der Inflation unbedingt rauszuhalten, indem er dann wieder gestern klargemacht hat, naja, das sind Temporary-Faktoren, das sind einzelne Sektoren, die eben durch das Reopening da eine Art Schocksituation ausgelöst hat, eine Nachfrage, die dann extrem stark ist, Catch-up-Effekt und die dann wieder nachlassen wird. Die Statistiken zeigen, ich hatte das mehrfach schon auch gebracht, dass es eben nicht nur diese Sektoren sind, sondern dass insgesamt auch ohne diese heißlaufenden Sektoren wie Gebrauchtwagen etc. die Inflation sehr, sehr hoch wäre. Aber sei es drum. Hier ist zum Beispiel Mohamed El-Erdian ein bisschen confused, ein bisschen verwirrt, sagt, naja, das ist ein bisschen merkwürdig, was der Mann sagt. Auf der einen Seite eben das hawkische Element, das gestern das Statement der Fed geprägt hat, nämlich man hat weiteren Fortschritt gemacht in Richtung unserer Ziele, um dann tapern zu können. Da waren die Märkte zunächst mal ein bisschen verunsichert. Aber was das faktisch bedeutet, was Paul gesagt hat, wir könnten wahrscheinlich eine Inflation von 10% haben und wenn die Employment, wenn also der Arbeitsmarkt noch nicht bei Vollbeschäftigung ist, dann würde die Fed nichts ändern in der Logik von Sharon Paul. Das muss man sich mal vorstellen. Zumal die Fed, wie Sven Henrik hier sagt, 2019 bei einer Unemployment Rate, also Arbeitslosenquote von 3,5%, deutlich niedriger als derzeit, die Zinsen gesenkt hat. Insgesamt, und das ist das große Problem, was ist eigentlich Substantial Further Progress? Also es wird nicht wirklich genau definiert, was erreicht werden muss, damit sich an der Geldpolitik was ändert, damit man tapert oder eben die Zinsen anhebt. Dann kommen so Wischiwaschi-Aussagen von Sharon Paul. All das ist offenkundig eben so, dass er nicht will, dass er letztendlich auch sich durch Daten nicht überzeugen lässt. Er hat nur gesagt einmal, ich will starke Arbeitsmarktdaten sehen, um meine Meinung zu ändern oder um jetzt diese Geldpolitik zu ändern. Und wir werden wahrscheinlich starke Konjunkturdaten heute sehen. Heute ist die Veröffentlichung des BIPs aus dem zweiten Quartal, Erstveröffentlichung aus den USA, erwartet 8,6%. Ja, da muss man als Notenbank ja voll auf dem Gaspedal stehen, wenn man nur 8,6% erwächst. Gleichwohl, egal wie Paul sich windet, Goldman sagt, ja, wir werden im September dann eine Ankündigung sehen, im September-Meeting, also in der nächsten Sitzung der Fed des Taperings. Und das wird dann im Dezember losgehen. Mal sehen, ob Paul das noch verhindern kann. Aber es ist eben schon seltsam, was Paul hier gesagt hat. Mohammed El Erdian sagt, also das ist nicht ganz konsistent. Das widerspricht sich schlichtweg. Und er sagte, dass Paul offenkundig hier tiefe Überzeugungen hat, die allerdings durch die Daten der letzten Zeit widerlegt worden sind. Paul hat selber zugegeben, die Risiken sind zur Aufwärtsseite in Sachen Inflation. Man habe die Inflationsentwicklung unterschätzt. Und er will aber letztendlich dennoch an dieser tiefe Überzeugung festhalten. Also Ideologie scheint hier das zentrale Problem zu sein. Michael Gayet sieht es ein bisschen anders. Der sagt, ja, das Problem ist nicht, dass möglicherweise die Inflation länger dauert, sondern dass die Fed es nicht einmal schafft, mit Billionen an Dollar, die gedruckt und in die Märkte gepumpt werden, wirklich Inflation zu erzeugen. Denn das würde bedeuten, dass die Fed powerless ist, also praktisch machtlos ist. Auch ein interessanter Gedanke. Also bilden Sie sich Ihre Meinung. Es gibt ja diese Zeitung mit den vier Buchstaben Geld. Da sollen Sie sich auch immer eine Meinung bilden. Eine Meinung könnte man sich bilden in Sachen Gold. Wir sehen, dass der Dollar dann schwächer geworden ist, nachdem er zunächst nach dem Statement der Fed stärker geworden ist. Wir sehen, dass die Realrenditen jetzt auf ein neues Allzeittief gefallen sind mit minus 1,129 Prozent. Gold hinkt hinterher, ist dann aber mit der Fed ein bisschen nach oben gegangen, wieder deutlicher über die 1800er Marke. Und in Sachen Inflation könnte wichtig werden jetzt das Infrastrukturprojekt von Show Biden. Da hat es gestern ja eine Einigung gegeben. Es gibt ja da Komitees aus beiden Parteien, die haben sich darauf geeinigt. Und man hat jetzt in einer Vorabstimmung erst mal diese Infrastructure Bill genehmigt. Es muss dann weitere Prozesse geben im Senat. Insgesamt ja 1,2 Billionen Dollar. 589 Milliarden sollen in neue Infrastrukturmaßnahmen fließen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die da bezahlt werden sollen. Wann es bezahlt werden soll, wie es bezahlt werden soll, bleibt ein bisschen unklar. Aber wenn es käme, würde das die Nachfrage nach Rohstoffen wahrscheinlich weiter anheizen und damit auch die Inflation weiter nach oben bringen. Aber wir sehen auch in den USA jetzt steigende Corona-Zahlen. Sieben-Tagesdurchschnitt neuer Fälle jetzt auf 62.000 gestiegen. Das ist ein Anstieg von 64 Prozent zur Vorwoche. Also es geht hier deutlich nach oben. Und wir sehen, es ist vor allem der Süden und der Südwesten, der betroffen ist. Alles, was hier dunkelblau markiert ist. Und wir sehen erste Reaktionen auch hier von Firmen. Twitter hat jetzt seine oder will seine Büros in San Francisco und New York wieder schließen. Apple will in seinen Stores, dass die Leute Masken tragen. Ebenso wie Disney in seinen Freizeitparks in Kalifornien und Florida. Also auch die Fed hat gestern gesagt, oder beziehungsweise ein Pass ist weggelassen, dass es Fortschritte gebe durch zunehmende Impfungen. Also die Situation scheint sich so ein bisschen wieder einzutrüben. Und das wäre natürlich eine optimale Ausrede für die Fed, jetzt erstmal nichts zu tun. Schauen wir mal heute jetzt im Fokus. Was wird heute kommen? Wir werden das IPO von Robinhood sehen. Diesem Neo-Broker mit 38 Dollar. Eher an der unteren Spanne eigentlich des Erwartbaren. Vermutlich wird es so sein, wie hier die mittlere Spalte zeigt. Die Angestellten von Robinhood haben hier Optionen. Die können sie direkt gleich dann beim IPO verkaufen. Möglicherweise wird das ein ziemlicher Reinfall. Wenn wir uns mal die letzten IPOs, die größeren IPOs, also die Börsengänge anschauen, in 2021, sehen wir, die sind alle durchgehend negativ zwischen minus 4 und minus 43 Prozent seit dem Schlusskurs des ersten Handelstags der jeweiligen Aktien. Also das ist nicht besonders gut gelaufen. Und nicht gut gelaufen ist die Sache auch gestern für Facebook, obwohl die Zahlen natürlich wieder sehr, sehr gut waren. Aber wir sehen hier in der Mitte, dass die Nutzerzahlen in Europa und den USA stagnieren. In den USA sogar im Vergleich zu etwa einem Jahr weniger geworden sind. Da passiert also nichts mehr. Und vor allem, was die Aktie dann von Facebook unter Druck brachte, war, dass man gesagt hat, ja, wir erwarten, dass die ganze Geschichte nicht mehr so schnell wachsen kann und wird auch wegen regulatorischer Vorgaben. Facebook deswegen über drei Prozent im Minus. Insgesamt die US-Berichtssaison so, dass wir kaum Reaktionen auf die, überwiegend ja sehr guten Ergebnisse sehen. Durchschnittlich minus 0,04 Prozent. Das haben jetzt weit über 300 der Firmen, von denen 500 im S&P 500 berichtet. Weitgehend ja alles sehr gut. Aber die Frage ist, wie geht das weiter? Das hat dann ja die Apple-Aktie gestern ein bisschen belastet, dass eben der Ausblick nicht so wirklich toll war. Ausblick für jetzt die nächsten Tage und Wochen hier mal das Saisonalitätsmuster. Dunkelblau hier die Nachwahljahre. Da beginnt normalerweise dann Anfang August eine sehr schlechte Zeit. In Nicht-Nachwahljahren ist es weniger schlecht. Der September ist dann besonders schlecht. Diesmal ist alles anders, wenn ich da umdrehen. Das ist ja praktisch klar. Auch weil China jetzt offenkundig, oder die Macht aber in Peking, die Muffe bekommen haben und gesagt haben, jetzt müssen wir den Aktienmarkt wieder nach oben ziehen. Man hat jetzt verlauptbaren lassen, dass man IPOs in den USA weiter erlauben wird. Das war schon mal sehr hilfreich. Viele Artikel, die sagen, Mensch, entspannt euch. Und siehe da, der Hang Seng Tech Index gewinnt mehr als 7%. Also da ist jede Menge Energie aufgewendet worden, um den Fall, den man selbst verursacht hat, durch die Maßnahmen aus Peking wieder aufzuhalten. Das hilft erst einmal dem Sentiment. Was wollte ich da bringen? Das war es schon, wenn ich da um die Tieren gehe. Und machen die Grafik noch einmal, damit sie was zu schauen haben. Also das ist die Situation. Das ist eine fortgesetzte Ignoranz. Es ist der unbedingte Wille, diese Geldpolitik wahrscheinlich bis zu seinem Abtritt, nämlich dem von Jerome Powell, in Kraft zu halten. All das wird immer verrückter. Morgen bekommen wir die PCE, die Personal Consumption Expenditure Daten. Das ist die Inflationsberechnung, die für die FED am wichtigsten ist. Das wird ein Hingucker. Heute das BIP, 14,30 im Fokus. All das bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und wünsche erstmal einen wunderbaren Start. Diesen Donnerstag. Servus und ciao. Bis zum nächsten Mal.